Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute noch meinen Adventskalender von Create a Smile zeigen. Es gab in diesem Jahr den ersten Create a Smile Stempel Adventskalender, nur in der deutschen Variante. Sonst haben sie ja immer englische und deutsche Sprüche. Aber ich denke mal, das war jetzt auch erstmal so ein Testlauf, um zu sehen, wie das Ganze ankommt. Und im Gegensatz zu denen, die ich euch gezeigt habe von Scrapbook Forever, kommen diese im Laufe des nächsten Jahres, so wie ich es verstanden habe, auch alle nach und nach mit in den Shop. Sonst hätte die liebe Christine von Create a Smile diese Stempel Adventskalender nicht zu dem Preis anbieten können. Dann hätte sie sie deutlich teurer machen müssen, wenn die exklusiv für den Kalender gewesen wären. Von daher können sich dann im Laufe des nächsten Jahres alle anderen freuen, die bestimmte Stempel aus diesem Kalender haben möchten und sich die dann halt auch noch sichern. Das ist halt der Vorteil gegenüber denen von Scrapbook Forever, wo die wirklich exklusiv für die Adventskalender bleiben. Da muss man hoffen, dass jemand sagt, okay, der Stempel gefällt mir nicht, den verkaufe ich. Und dass man ihn dann quasi ergattern kann. Soviel dazu. Also ich zeige euch mal, es waren 24 Stempelsets. Das 24. ist größer. Es ist in A7 oder A8, das ist das ganz kleine. Ich kann mir das immer nicht merken. Wir fangen einfach mal an. Ich zeige euch erstmal die, wo jetzt quasi nur Texte sind. Da hat sie ja schon einige in der Art so gelettert im Shop. Und zwar nennt sich das jetzt hier Alt. Hier steht auch immer der Name des Sets. Alt, Glückwunsch, nun bist du offiziell alt. Das kann man zusammensetzen quasi. Oder Alt ist, was du draus machst. Oder Alt werden gilt nicht. Sehr cool für eine Geburtstagskarte. Dann gibt es das Set Läuft, wenn es mal wieder blöd läuft oder was läuft. Dann das Set, wenn nichts mehr geht, hilft Lesen. Oder Lesen gleich Abenteuer im Kopf. Nennt sich Lesen. Dann, lieber Nikolaus, bitte definiere brav oder brav gewesen. Nennt sich brav. Dann das Set im Kalender. Heute steht dein Name im Kalender. Zum Geburtstag beispielsweise. Das verdient ein Kreuz im Kalender. Bei einem besonderen Ereignis zum Beispiel. Dann Beste. Du bist der Beste. Du bist die Beste. Oder Beste Wünsche. Kann man auch für vieles verwenden. Und dann gab es noch diesen. Das Set nennt sich Besinnlich. Von wegen Besinnlich. Nun wird's Besinnlich. Oder Besinnlich war gestern. Das sind die, wo nur jetzt die Texte sind. Dann kommen wir zu den Motiven. Einen super süßen Strickpulli mit drei Motiven, die man hier in die Mitte noch so reinstempeln kann. Nennt sich Sweater. Voll süß. Dann das Set Abschalten. Hier die süße kleine Schildkröte, die in ihrem Panzer liegt und liest. Einladung zum Abschalten, Eintauchen und Abschalten. Total niedlich. Also vor allem die Motive. Wenn man den Stil von Create a Smile mag und auch diese Texte mit dem Geletterten, dann kann man da nichts falsch machen. Was steht auf dem Programm? Das Stempelset-Programm mit dem kleinen Fernseher. Total niedlich. Dann diesen hier. Gemütlich. Das kleine Häschen mit einer Tasse Kakao oder Kaffee, Tee, was auch immer. Mach's dir gemütlich. Bei dem Stempelset gab's zum Teil bei einigen Probleme. Auch bei mir war's leider so, dass das eine Ohr nicht fertig abgestempelt hat. Da war's ein Fabrikationsfehler irgendwie oder ein Herstellungsfehler. War aber auch ganz unkompliziert. Da hat die liebe Christine gesagt, schreibt eine Mail, schickt mir das Foto vom Abdruck ein. Und das leitet sie dann an den Hersteller weiter. Und sie hat's dann kostenfrei ersetzt. Hat eben das zugeschickt innerhalb kürzester Zeit. Und da gab's auch noch so einen kleinen Sammelstempel wieder dazu. Also nochmal vielen lieben Dank, falls das jemand von euch sehen sollte, das Video. Oder du, liebe Christine. Echt super geregelt. Dann das Set Kaum zu sehen. Ein süßer Pinguin. Dein Alter ist kaum zu sehen. Oder cool bleiben. Hier der kleine Muffin. Und die Kerze, die man draufstempeln kann. Und das kann man ihm dann quasi noch in die Hand drücken. Total süß. Es gab auch jeden Tag Inspirationen von Christine selber. Und von vielen, die da in der Gruppe auf Facebook sind. Die halt gleich damit gebastelt haben. Waren sehr coole Werke dabei. Dann dieses Set Cones. Total niedlich. Mit Gesichtern. Hä? Finde ich putzig. Dann dieser hier. Der war, glaube ich, auch sehr beliebt. Winterkind. Hallöchen Winterkind. Ein süßer kleiner Fuchs mit Schal. Total niedlich. Als wenn der irgendwo drüber guckt. Dann hier zu dem einen Stempel hier mit Lesen. Fand ich total cool. Weil ich möchte auf jeden Fall im neuen Jahr noch Lesezeichen basteln. Oder das passt auch super zu Harry Potter, finde ich. Bücherregal und Bücher. Nennt sich Books. Dann eine kleine Schreibmaschine. Schreib mal wieder. Post für dich. Und alles Gute. Nennt sich auch Schreib mal wieder das Set. Total süß. Dann den kleinen hier. Nanu. Soll ein Elch sein. Sieht man hier auch am Geweih quasi. Dann gab es Odu Fröhliche. Dieses süße Tierchen. Lama Macchiato. Das Lama mit einem Latte Macchiato in der Hand. Total witzig. Das Tierchen. Dann gab es den Santa. Bepackt mit seinen Geschenken. Irgendwie ist es gerade unscharf. Ja. Will der Fokus nicht. Dann den Kardinal. Eine kleine Kuh. Nennt sich Ich wünsche dir Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Ja. Niedlich. Mit dem Kleeblatt. In der Hand hätte ich was gesagt. In der Pfote. Oder wie nennt man es denn bei einer Kuh? Keine Ahnung. Das fand ich auch total witzig. Kind der 80er. Das kenne ich auch noch. Damals aus dem Radio auf Kassette aufgenommen. Und wenn die Kassette da vernuddelt war, dann mit dem Stift wieder aufgedreht. Kind der 80er. Nennt sich auch das Set, glaube ich. Ach, da ist es vergessen worden aufzudrucken. Bei irgendeinem Set war das genau. Hier steht der Setname nicht drauf. Aber macht ja nichts. Und als 24. gab es halt eins, was, zeige ich euch einfach mal, doppelt so groß ist. Als Highlight. Und da ist es so ein süßes, kleines Weihnachts-Winterhäuschen. Da kann man hier aufs Dach noch die Tannenzapfen, na Tannenzapfen, sage ich schon, Eiszapfen dranstempeln. Den kleinen Kranz kann man auf die Tür hier raufsetzen. Dann Bäumchen daneben. Oder man kann, wenn man es jetzt nicht für den Winter nutzen will, Blumenkästen noch davor setzen. Gab es auch ganz tolle Beispiele für. Total niedlich. Kann man auf jeden Fall brauchen. Und ich finde ihn insgesamt sehr, sehr gelungen. Ich freue mich schon aufs neue Jahr. Und soweit ich mitbekommen habe, wird es auch im neuen Jahr wieder einen Adventskalender geben. Ich denke, den werde ich mir dann auch wiederholen. Denn es gibt jetzt hier keinen einzigen Stempel, wo ich sage, der gefällt mir gar nicht oder kann ich gar nichts mit anfangen. Ich bin da wirklich sehr begeistert von und muss sagen, super Arbeit, tolle Auswahl, querbeet alles. Jetzt sind verschiedenste Themen bei, die man damit bebasteln kann. Ich freue mich super drüber und muss sagen, echt gelungene Adventskalender. Ich weiß nicht, ob wer von euch den auch hatte. Viele waren traurig, weil es den nur kurz zu bestellen gab und sie es verpasst haben. Aber ihr könnt ja im nächsten Jahr, wenn sie dann nach und nach im Shop landen, mal schauen und euch die Stempel, die euch sehr gut gefallen, einfach noch nachträglich sichern. Also ihr Lieben, das war es dieses Jahr von meinen Adventskalendern. Es reicht auch. Ich habe jede Menge neue Schätze jetzt zum Verarbeiten, zum Benutzen. und mit Werkeln und freue mich schon darauf, mit dem einen oder anderen jetzt gleich in die ATC-Produktion zu starten. Da habe ich noch ein paar Themen vor mir für meine ATC-Gruppe und ja, wenn ich es schaffe, wie gesagt, drehe ich auch mal wieder ein Video und zeige euch mal ein paar fertige Werke. Meist ist die Zeit so knapp, dass ich es nicht schaffe und die Sachen schon verschickt sind. Aber wenn es hinhaut, zeige ich euch wieder was. Also macht es gut, kommt gut ins neue Jahr, rutscht gut rein und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss!